Straßenbahnlinie 18 mit dem Fahrziel Schlachthausgasse, nächste Haltestelle, Urban-Loritz-Platz. Umsteigemöglichkeit zu den Straßenbahnlinien 6, 9 und 49 und zur U-Bahnlinie U6, die in der Station Burggasse, Stadthalle, erreichbar ist. Hauptbibliothek Wien Main Library Vienna Nächste Haltestelle Westbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum ÖBB Nah-, Regional- und Fernverkehr und zu den U-Bahnlinien U3 und U6 und zu den Straßenbahnlinien 5, 6, 9, 52 und 60 und zum Flughafenbus. The next stop is Westbahnhof. Change to regional and long-distance trains and to the airport bus. Nächste Haltestelle Maria Hilfergürtel Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 6 Nächste Haltestelle Gumpendorfer Straße Umsteigemöglichkeit zur U-Bahnlinie U6 und zur Straßenbahnlinie 6 und zur Autobuslinie 57a Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Margaretengürtel Umsteigemöglichkeit zur U-Bahnlinie U4 und zur Straßenbahnlinie 6 Nächste Haltestelle Arbeitergürtel Arbeitergürtel Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 6 und zur Autobuslinie 59a Nächste Haltestelle Eichenstraße Umsteigemöglichkeit zu den Straßenbahnlinien 6 und 62 und zur Autobuslinie 12a mit dem Fahrziel Schmelz-Gablenzgasse Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Matzleinsdorfer Platz Umsteigemöglichkeit zum U-Bahn-Nah- und Regionalverkehr und zu den Straßenbahnlinien 1, 6 und 62 und zur Wiener Lokalbahn und zur Autobuslinie 14a Nächste Haltestelle Kliebergasse Umsteigemöglichkeit zu den Straßenbahnlinien 1 und 62 und zur Wiener Lokalbahn Nächste Haltestelle Blechturmgasse Nächste Haltestelle Hauptbahnhof Umsteigemöglichkeit zum ÖBB-Nah-, Regional- und Fernverkehr und zur U-Bahn-Linie U1 und zur Straßenbahnlinie O und zur Autobuslinie 13a mit dem Fahrziel Neubaugasse und zur Autobuslinie 69a mit dem Fahrziel Simmering und zu regionalen Autobuslinien und zum Flughafenbus und zu Fernbuslinien The next stop is Central Main Station Transfer to regional and long-distance trains and regional bus lines and the airport bus and long-distance bus lines Liebe Fahrgäste Aufgrund von Bauarbeiten fährt die Autobuslinie 13a derzeit nicht zwischen Neubaugasse und Volkstheater Wir danken für Ihr Verständnis und bauen für Sie Nächste Haltestelle Quartier Belvedere Umsteigemöglichkeit zum ÖBB-Nah- und Regionalverkehr und zu den Straßenbahnlinien D und O und zur Autobuslinie 13a mit dem Fahrziel Neubaugasse Belvederegarten Schloss Belvedere Belvedere Palace Liebe Fahrgäste Aufgrund von Bauarbeiten fährt die Autobuslinie 13a derzeit nicht zwischen Neubaugasse und Volkstheater Wir danken für Ihr Verständnis und bauen für Sie Nächste Haltestelle Fasangasse Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie O Nächste Haltestelle Heinrich-Dremmel-Platz Nächste Haltestelle Wildgans-Platz Liebe Jugendliche Bitte überlasst älteren Personen eure Sitzplätze Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle St. Marks Umsteigemöglichkeit zur S-Bahnlinie S7 und zur Straßenbahnlinie 71 und zur Autobuslinie 74a mit dem Fahrziel Stubentor Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Baumgasse Umsteigemöglichkeit zur Autobuslinie 80a mit dem Fahrziel Praterstern Praterstern Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Gute